Ein Ford Ranger steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen, fünftürigen, SUV-Platz. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat, und vieles mehr. Der Allrad Diesel überträgt eine Leistung von 150 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.